Willkommen zurück beim Rückspiel der Necks gegen die Pioniere. Ja, und weiter geht's in der Partie. Und danach werden wir sehen, wer den Platz hier als Sieger verlassen wird. Sehr starke Aktion vom Verteidiger der Pioniere. Ein Fallrückzieher, der leider nicht perfekt getroffen wurde. Oh, und da kommt der Pionier. Boah, sehr stark gerettet. Der Ball liegt auf dem Platz. Und da ist der Sieg für die Necker. Sie haben es erneut für sich in der Vernährung entschieden. Als hätten wir ein Déjà-vu des Hinspiels. Was für ein Wahnsinn. Puh. Sehr starke Partie. Und jetzt, nach 10 Siegen in Folge der Necker, kommt im 11. Spiel im Championship das Rückspiel gegen die Bomber. Rächen sich die Bomber dafür, was im Hinspiel mit ihnen getan wurde. Oder können die Necker es wieder für sich entscheiden. Das werden wir jetzt sehen. In einem vollen Stadion, das ist ausverkauft. Und da gleich mal ein grober Schnitzer der Verteidigung. Der in Rot spielenden, auf dem Platz notierten Heimmannschaft. Aber da ist das 1 zu 0 nach 18 Sekunden. Es scheint doch sehr ähnlich zu werden wie im Hinspiel. Und da war nicht das 2 zu 0. Es war nur die Latte, die für das Team in Grün geklärt hat. Und da dürfte jetzt der Ausgleich fallen. Ja, das war der Ausgleich von Myrtle. Oh Mann. Das hätte schon eindeutiger ausgehen können jetzt, wenn das das 2. Tor gewesen wäre. Aber nein. Weit gefehlt. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Sie finden den Ball nicht. Da hat er den Ball geklärt. Aber Mötte bleibt an seinem Gegenspieler dran. Und versucht das Tor zu erzwingen. Eine schöne Ballführung von Team in Rot. Aber die Chance wurde nicht genutzt. Die Chanceverwertung ist ein ganz großes Manko der Roten. Nein. Da ist der 2. Treffer für die Bomber. Sie sehen es sieht so aus, als wären sie doch auf eine Rache des Rückspiels auf. Und wollen den Roten hier den Champion-Titel versauen. Und da springt er am Ball vorbei. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Und dann gleich nochmal eine Chance hinterher, die nicht genutzt wurde. Oh, da ist der 3. Treffer für die Bomber. Was ist denn hier los? Wahnsinn. Das Stadion tobt. Und, und, und ist da... Da ist wieder der Anschlusstreffer. Ein typisches Bild dieses Teams. Nach dem 3. Gegentreffer direkt aus dem Anschluss heraus den Anschlusstreffer heraus zu machen. Aber noch ist hier alles einigermaßen offen. Puh, knappes Ding wieder vor der Linie der Neckar. Aber jetzt fahren sie ein Konter über die Außenbahn. Und nee, das war das war es mit der Chance für Rot. Jetzt ein Konter genau über die andere Seite und vom anderen Team. ein Rüses einsteigen in den rot gekleideten Spieler. Nein! Und er fährt am Ball vorbei. Oh, da ist der 4. 3. Treffer für Team Grün. Ein doch sehr spannendes Spiel. Wird es noch ein gutes Ende für das beste Team der Liga geben? Oder wird hier doch die Sensation geschehen, dass der Underdog gewinnt? Aber hier erstmal der Anschlusstreffer wieder mal für die Roten. Nach einem sehr schön gefahrenen Konter über die Außenbahn zieht er dann holt Tempo der Ball prallt am Pfosten vorbei und dann netzt er ein. Stark. Sehr starke Partie. Da hat er den Ball sehr gut angenommen nach diesem Abpraller und da lupft er den Ball über seinen Gegenspieler. Und da wird wieder der Konter gefahren und der Bomber wurde behindert am Einschieben in das Gehäuse. Und jetzt fahren sie wieder einen Konter und da ist der Ausgleich. Ausgleich im Finale. Alles wieder auf Null und es ist noch eine Minute und zwölf Sekunden zu gehen. Wieder ein standardmäßiges Zusammenprallen am Mittelpunkt. jetzt verlagert sich das Spiel in die Hälfte der Grünen. Sie gehen aufs Tor zu und da ist der Führungstreffer für die Nex. Sie feiern sich hier richtig stark. Aber noch kann immer noch alles passieren, denn wir haben in vielen Spielen gesehen eine Eintore-Führung oder eine Zweitore-Führung. In einem Fall auch eine Drei-Tore-Führung ist kein sicheres Polster für ein Team. Vor allem nicht, wenn sie sich so stümperhaft verhalten wie hier gerade. Oh, da verfehlt er den Ball und öffnet für die Bomber eine Möglichkeit, aber sehr gut nochmal reagiert. Oh, da ist der Fallrückzieher raus aus dem Fünfer. Nein, da ist doch nein, da treffen sie doch noch zum Ausgleich. Schauen wir uns das nochmal an. Hier, die Klärungsaktion. Der Kopfball, der am Pfostenfall, der Rettungsversuch und dann war er doch drin im Nachschuss. Was für ein packendes Finale. Wahnsinn. Und da geht der Ball zur Führung für die Bomber. Ins Tor. ich fasse es nicht. Was ist hier denn los? Das Stadion steht Kopf. Die Grünen fallen schon in einen Freudentanz, aber da ist noch nicht der Treffer. Aber da ist der Ausgleich, der erneute Ausgleich für die Ex. Poolshorts gegen die Latte. Der Ball prallt auf die Nieder, geht raus und dann wartet er. Zack, ein sehr schön und fast wäre noch einer zum Klären da gewesen, aber nein, der Ball ist nicht im Tor gelandet, äh, nicht außerhalb des Tors gelandet. Er konnte nicht gerettet werden. Und jetzt geht es wieder in die verdammte Verlängerung. Das haben wir in den letzten drei Spielen schon gesehen. Die Favoriten Mannschaft schafft es einfach nicht mehr, sich in der regulären Spielzeit einen Sieg zu erspielen. Gerade noch so vor der Linie gerettet. Da klebt er an der Außenhand. Und da kommt der Siegtreffer im Finale. Die Necks sind damit Champion. Und damit verabschieden wir uns aus diesem Turnier und wir bedanken uns für jeden Zuschauer und bis dann Tschüss. Tschüss.